Ja, damit du maulst, du maulst deinem Urenklen das Spielzeug. Du schützt ja mal mit Krach um. Tritt. Die Ante mit dem Schwanz dahinten sind sie düf. Du kannst dich auf die Rinser zum Kasten, da kommt die andere zu dir gekrabbelt. Ja, wir lassen dich auch nicht mehr raus. Das ist ja lustig. Ein Gewusel. Ein Gewusel hier. Und was macht ihr zwei hier? Ihr beschäftigt euch alleine. Na schön. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig.